So, ich zeige euch jetzt mal die eingebauten Shows. Es ist jetzt ein bisschen schwer, das auf ein Bild zu bekommen. Ich hoffe jetzt, dass ich es geschafft habe, dass ihr alles seht, aber ansonsten tut es mir echt leid, weil es ist schwierig auf einen Schirm zu bekommen. Ich werde mal Show einstellen. So, das ist Show 1. Show 2. Show 3. Einige davon werden wir gleich bei der DMX Kanalbelegung wiedersehen. Das ist Show 4. Show 5. Bildet ihr so Dreiecke. Show 6. Show 7. 7. 8. Wie gesagt, die sind alle sauntun. Da hättest du gerade mit dem Finger ein bisschen aufs Mikrofon drücken, dass es vorangeht. Show 9. Show 10. Show 11. 12. Und Show 0 ist dann random von der ganzen. das heißt, er geht im Prinzip je nach Musik die ganzen durch. Ja. So sind also die LEDs aufgeteilt. Wir wollen uns dann jetzt gleich einmal den DMX Modus anschauen. So, der DMX Modus. Also wie ich vorhin angekündigt habe, können wir wählen zwischen einem 4 und einem 1 Kanal DMX Modus. Den 1 Kanal DMX Modus, den schiebe ich jetzt mal ein bisschen nach hinten, weil der für eine ganz besondere Funktion ist. Wir wollen uns jetzt um den normalen 4 Kanal Modus kümmern. Bei dem ersten Kanal können wir erstmal einstellen, ob er aus sein soll, ob er Show 1 machen soll, Show 2 oder Sound Active. Das ist der erste Kanal. Wenn wir jetzt auf Show 1 stellen, können wir mit dem zweiten Kanal die verschiedenen Chaser auswählen, um dann mit dem dritten Kanal die Geschwindigkeit der Chaser einzustellen. Also es geht so schnell und es geht auch schön langsam. Mit dem vierten Kanal können wir dann einfach ein Stroh einstellen, ja. Und wenn wir jetzt einmal auf Show 2 stellen, ist es genau gleich. Es sind nur weitere Chaser, die sich mit dem zweiten Kanal einstellen lassen. Ich gehe jetzt die ganzen Chaser einmal durch und dann habt ihr schon mal alles gesehen, was das Ding kann. Ich mache dabei mittlere Geschwindigkeit. Das war das so ein bisschen. Das war das so ein bisschen. Abonniert nochmal zumal. Ich arbeite auch schon ein bisschen. Den HTML ist für wirklich zu wählen. Es kommt vor einem weiteren Transformers raus, darum muss man sich eher umAND fürs Sä European CEO ver чиdleern. Und das ist das natürlich passend. Also können wir uns wirburden, ban COVID-19 nicht gehen. Und das ist also immer so sehr. Wir leben nicht mehr so kier unfamiliar equally. Mais seht alles aus, Scholl 2 Scholl 2 Scholl 2 So, jetzt nochmal das Strobe. Also man sieht, er kann richtig schnell stroben. Und natürlich auch langsam. Ja, das war jetzt der 4-Kanal-DMX-Modus vom JB Systems LED Crossfire. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Sache beim JB Systems LED Crossfire. Das ist nämlich jetzt so eine interne, ja, wie soll ich sagen, Marktvorstellung. Ähm, weiß eigentlich so gut wie keiner bisher, weil da eben einfach noch was rauskommt dazu. Also, der Crossfire hat, wie ich vorhin gesagt habe, einen 1-Kanal-DMX-Modus. Bei diesem 1-Kanal könnt ihr einfach zwischen 28 Chasern, soweit ich weiß. Also, bei dem 1-Kanal-DMX-Modus könnt ihr zwischen 25 Chasern und einem Random-Programm, wo ihr alle durchgeht, wählen. Die dann Sound-to-Light-Besteuert ablaufen. Das ist der 1-Kanal-DMX-Modus. Der hat aber noch einen riesen Vorteil, weil ich hatte euch vorhin gesagt, dass man diesen bei Master Slave, beim Slave, auch Slave Light Show, beziehungsweise Master Light Show einstellen kann. Ja, das bedeutet, wenn ihr in diesen Mode stehen habt, geht ein DMX-Signal rein. Ihr könnt dann mit dem 1-Kanal-DMX-Modus praktisch einstellen, welche Show, welchen Chaser er im Sound-to-Light-Modus machen soll. Das vor allem für DJs, interessant, weil es gibt nichts anderes, wir einen Fader bedienen und fertig, ja. Und jetzt ist es so, dass man Slaves anschließen kann über einen DMX-Out und die exakt parallel betreiben. Ja, diese Funktion hat er. Wenn wir jetzt, jetzt könnt ihr sagen, toll, was nützt mir diese Funktion? Ich könnte ja auch einfach zwei Geräte auf einer Adresse betreiben. Nun, ihr wisst ja, dass beim Sound-to-Light-Modus sehr viel von der Lage abhängt. Ja, wenn jetzt der eine direkt am Lautsprecher ist, ist der viel intensiver als der andere. So, machen beide wirklich exakt das Gleiche. Jetzt gibt es nur einen Haken bei der ganzen Sache. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, schön, ja. Aber wie baue ich denn in die DMX-Kette ein, wenn er ja kein richtiges DMX-Signal mehr ausgibt? Jedenfalls nicht das, was ich am Pult programmiere, sondern nur noch für das Slave-Gerät. Und da kommt Anfang Dezember was ganz Neues auf den Markt von JD Systems natürlich. Und zwar das hier. Diesen Mini-DMX-Splitter, den ich jetzt hier mal einblende und weg. Und mit diesem Splitter könnt ihr ganz einfach, da ist er nochmal, folgendes machen. Wir brauchen praktisch für die Crossfires dann eine eigene, ja, wie soll ich sagen, DMX-Kette. Das heißt, wir tun einfach den Splitter einsetzen. Da könnt ihr mit dem einen, also der hat einen Eindack und zwei Ausgänge. Mit dem Ausgang geht ihr dann einfach zu euren anderen Scheinwerfer, zu den LED-Paars, zu den Moving Heads oder anderen LED-Effekten. Und mit dem zweiten Ausgang geht ihr einfach dann in den Crossfire rein, aus den Crossfire raus, in euer Slave-Gerät für die Lightshows, also für die Master-Slave-Mode Lightshow. Und ganz wichtig, an diese DMX-Kette, wo die zwei Crossfires dann dran sind, darf kein Scheinwerfer mehr hinten dran hängen. Es kann schon, aber das bringt nichts, weil einfach dieses DMX-Signal nicht weitergeleitet wird. Also das ist wirklich eine super Funktion, vor allem für DJs, die mit DMX jetzt nicht so bewandert sind. Da habt ihr wirklich einen Kanal und könnt das super steuern. Wenn es jetzt noch Fragen zu diesem Mode gibt, könnt ihr mir natürlich eine PN schreiben oder ihr schickt direkt eure Frage an den Hersteller. Wie gesagt, es kommt Anfang Dezember raus, dieser Mini-DMX-Splitter. Und sobald er auf dem Markt ist, mache ich hier eine Anmerkung rein, wo ihr den bekommt. Über den einen Kanal DMX-Modus, was jetzt der Vorteil auch noch ist, kann man auch einen Blackout einstellen. Das heißt, wenn ihr den jetzt normal im Sound-to-Light-Modus habt, könnt ihr natürlich nicht den einfach irgendwie ausmachen, ohne oben an die Traverse rumzuhangeln und am Display einzustellen. Oder mit so einem kleinen Hand-Controller, der ja sehr nützlich ist, aber viele wollen dann doch was mit DMX machen, kann man das wirklich auch über diesen einen Kanal super einstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.